Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Boss Malone und heute spielen wir Rocket League denn ich bin ziemlich gut in Rocket League und naja ich wollte euch das einfach mal zeigen, mit mir Rocket League Spiel sehen mein PSN und naja, ich will mich freuen, mit euch spielen zu können naja, spielt mal ein paar Spiele, ich bin jetzt schon Platin in Season Belohnung habe ich schon auf Platin und meine normaler Rangs Platin 2 ich spiele mit dem Octane, hat einen ganz normalen Stil ich habe jetzt keine Müsse, die Kälte oder so auf den Wagen man sollte denken nicht mehr halt nicht so gut weil wenn ich jetzt mal ich bin, nichts auf dem Wagen so dann weiß man, ah der will nur so tun aber ich mache so etwas in der Mitte und naja, ich liebe Monsterkett am meisten, dass er in der Seite das richtig gut detailliert aus na, diese Rede, die passen auch dazu in Schwarz und na, das ist auch schwierig mit diesem Wagen komm, boxen, ich warte drauf, ah, komm ach, ausgetriebs komm schon, mate, als ob ich euch auch ausgetrickst hätte ihr seid keine Noobs fliegen, er weiß, wie man macht easy peasy, Junge, ich brauche nicht mal Nachschlag zu geben ach komm, warum musst du mit solchen Leuten spielen, also es ist eine Beleidigung selbst für mich mit solchen Gegner zu spielen aber dann muss ich auch noch mit solchen Team-Mates spielen ja, kein Stückchen besser aber wissen wir, dass das Problem bei mir ist wenn ich kein Boost habe, bin ich nicht gut, ich kann nicht so ein Boost komm auch und sagt man es ja auch beim normalen Spielen also wenn ich halt aus dem Jahr auch immer ungegrenztes Boost durch die Genuss dann meine ich nicht, meine Team-Mates und Feinde kann man so einen nicht halten man ist Schex es falsch rum es ist schwer, aber spring doch wenigstens nach hinten statt auf die Seite geiler Erdbrunsch wo du eigentlich nur Schlecht gemacht hast wie er bald HH zu in der anderen die Behoffelter hier, mach ihn weit ach komm, das war ein direkter Pass warum hast du ihn vor nicht gemacht? ich weiß, ich hätte ihn machen können weil ich hab ihn nicht gemacht weil Loops brauchen EPs, um sich gut zu fühlen sonst werden sie traurig und nein, ich will nicht, dass sie traurig wird, dass sie die EP geben aber die du nimmst die EP nicht an nur das war ein kritikerler Schlag also zu einem kritikerler Schlag hätte er ihn auch wirklich getroffen, aber weggenommen seht ihr, das ist der einzige Gute wird das der einzige Gute einfach die ganze Torsitzel um sie zum Tor du kannst es viel mehr machen, wenn du wirklich spielen willst du willst musst du Tore auch machen nicht mehr lieber aufzureden hier, Eigentor Juhu, Pate Nice 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 ich sag's euch der kann wenigstens ein bisschen fliegt das ist mein du hast ihn nicht reingemacht bitte der aus meinem team ist eine schande für mich alter ist eine schande für meine familie meine schwester spielt besser wir müssen mal vorstellen dies drei vier jahre hat nur versuchte nennen die ist ein alter ja komm ich mal mal Tore mit unbedingt das fünfte Tor kann man warum aber ich habe in diesem Krankheit was kann Kumpel Kondini der Bogen Komm an Erdhaus nach Erdhaus Unternehmer guter Junge Mister Upli Duf mussten ja um den Clown hatte ich deine mutter zum putzen gerufen oder warum bleibst du stehen er bleibt stehen der großmeister macht sich bereit für seinen ich frage mich auf die nur so scheiße spiel man ist die außen hätten wirklich was drauf aber es sieht aus als würden sie nur so scheiße spielen macht 4.000 WP und Spiel gibt einen Daumen hoch wenn ihr mehr Rökepik stehen wollt also das war jetzt nicht die einzige Runde aber ich will das mal wählen weil viele schon das nicht bis zum Ende sie vergessen daumen hoch zu geben wenn sie mehr Rökepik sehen wollen auch bei Fortnacht wir sehen habt das letzte Video einfach 6 keine Ahnung also als Schöter Platz 4 vier Daumen hoch gegeben noch vier Daumen hoch vier Daumen hoch gegeben ich glaube er mag das mit denen Impulskonaten dieser Version El Torpaas macht es macht ich nehme selber muss man eins in einem schraubig machen mehr von diesen neuen Impulskonaten 7 ich will es auch interessieren ob wir vielleicht auch mit den normalen Pulskanaden sie wollen man den Karten Fallschaden den Besuch und wenn wir dann quasi anfangen zu spielen zählt sich als erstes mit den Impulskanaden die Jünger was man kann mir ganz viele kleine Raketenmeister die Klinik wir mussten sich dass er kleine Bälle rauskommt die solle Flüssen schon so oft gesehen schafften Metallkugel wohl wenn ich mir den Ball mal anschauen ist es doch eigentlich Metallkugel warum bringt wir haben die Rocket League zerstört Zoom meist genug mein Freund Oli Molli da heißt halt Hauptsache nicht mal so aber Down Pass Fuck Not Pass Top Pass keine Ahnung ist ja gar nicht die ganze Zeit und heiß seit jetzt noch kein Team ich hasse dich Junge das wollte ich mir gerade zum Frühstück Gönner LK das sind Lieben Oli kann so aufhören mir die Show zu stehen ich mache gerade mit und ich will mit wieder Größe Bossy Schmoss rüberkommen ich will wieder Zeit für Novi rüberkommen das was ich gut sagen will also stehen mir nicht die Schmerzen der geht nicht der geht doch schon nicht warum brauchst du noch mal drauf ich sag euch Rocket League funktioniert nicht mehr die haben das Spiel kaputt gemacht nee einfach bis zum ganzen Mond runter ich schick das Spiel nicht alter was habt ihr mit Rocket League gemacht das ist solche noobs mit platin zwei leuten und Raketen meistern diese deutsche übersetzen alter raketeers in der lobby schmeißt das sind profi nein nicht mal ein semi profi ist das wenn ich noch einmal sehe wie du aufs Tor spielt ich schwere dir ich bring dich um und esse alles was in deinem Bauch drin ist das heißt den ganzen Donut und die ganzen McDonalds scheiße die letzte Stunde fressen lassen bevor ich an dein PC gesetzt hat und angefangen hast zu schwitzen das werde ich alles essen die ganzen Döner die ganzen McDonalds die du fressen hast das werde ich essen und dann werde ich fett und dann werde ich schlecht und da kommt noch ein Typ das bringt mich in den Augen und ist dann auch alles aus meinem Bauch was sagst du dazu hm das sagst du dazu what the fuck wenigstens etwas wenigstens gar nichts seht ihr ich wurde von einem Gegner geschuckt hab ihn gleichzeitig noch berührt was sagt ihr dazu nichts ok hätte ich auch nicht erwartet dass ihr was gesagt hättet was sagt ich habe keinen Rang du weißt ich habe einen Rang da kann sie nicht gleich sagen dass ich keinen Rang habe ich glaube es soll Nord und Süd bedeuten aber naja es ist einfach viel zu behindert um mal da ein über einzeln Gold 1 ich liebe Gold 1 Leute die sind so gut sie sind hier da gibts ich warte wenigstens length es gibt auch noch wenn ich mir den holen soll dann spielen wir mit dem Rocket Pass weiter also anscheinend ist es jetzt so passiert dass die Server jetzt anscheinend down sind weil der Rocket Pass draußen ist also ciao oh und nicht zu vergessen das tue ich jetzt noch mal hinten dran hängen abonnieren nicht vergessen liken nicht vergessen und näher daumen hoch wenn es euch gefallen hat daumen runter wenn nicht wenn ihr mal Fortnite sehen wollt schreibt in die Kommentare dass ich mehr Fortnite machen soll oder was ich für Challenges machen soll vielleicht Labyrinth Challenges oder so und naja wir sehen uns beim nächsten Mal